Was machen wir denn jetzt hier oben bei der Statue? Oh, die Musik! File Select! So riesig auf einmal! Meine Hand waren sie viel kleiner! Hadi, versuchen wir noch zusammen zu puzzeln! Gebieter, ich bete für dich! Das letzte Ziel unserer Reise! Wir müssen den Todbringer nun besiegen! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Oh nein! Was passiert denn da? Wir sinken? Nach unten? Unter den Wolken? Wo werden wir landen? Was geht denn jetzt ab? Oh! Direkt zum Bosskampf! Mach mal einfach Platz! Ist das direkt hier drunter? Sind die wirklich unter? Oh! 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 Camera Shake! Oh! 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 Amen. Wieso scheint denn alles so friedlich? Haben wir es wirklich schon geschafft? Das kann ich nur schwer glauben. Oh, passt perfekt hinein. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Insel der Göttin, ein Teil des Wolkenhorts, ist zum Erdland zurückgekehrt. Gleichzeitig kann ich die Vernichtung des Todbringers bestätigen. Dein Wunsch an das Triforce wurde erhört, Gebieter. Wir haben es geschafft? Kein Kampf? Ich vermute, dass Zelda erwachen wird, nun da das Siegel, das sie durch ihren Schlaf gestärkt hat, seinen Zweck erfüllt hat. Das ist doch wunderbar. Gebieter, ich empfehle mit Nachdruck, dass du dich schnellstmöglich in den Tempel begibst. Auf jeden. Ja! Zelda, ich habe es geschafft. Ich habe meinen Wunsch geäußert. Den Todbringer vernichtet. Nun kannst du wieder aus einer Bubble rauskommen. Wir können wieder uns unterhalten. Ich habe die Welt gerettet. Ich kann es gar nicht glauben. Die warten schon auf mich. Sind auch stolz auf mich. Ja, es ist soweit. Danke für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich das vielleicht nicht geschafft. Nun wartet das Zeitportal auf uns. Oder? Oh, müssen wir gar nicht. Die Tür vorne öffnet sich. Da, wo Zelda all die Jahre eingesperrt war. Da kommt sie nun raus. Endlich habe ich sie befreit. Endlich ist es vorbei. Ich habe es geschafft, Zelda. Zelda, ist alles okay? Na gut, sie ist wahrscheinlich sehr erschöpft. Ist schon gut, Zelda. Ist schon gut. Du hast dein Versprechen gehalten, Mike. Natürlich habe ich das. Ich habe es geschafft, eine Kanone zu machen. Ich habe mich so vermisst. Ich habe mich so vermisst. Doch kein friedefreuer Eierkuchen. Gierahim. Du bist immer noch nicht weg. Du Törichter Narr. Die wiedergeborene Göttin gehört mir. Ich habe mich so vermisst. Oh nein. Was habe ich getan? Ich habe Gierim total vergessen. Du magst den Dämonenkönig als Versiegt haben. Aber ich werde mit der Kleine in die Vergangenheit reisen und ihn zurückbringen. Mike. Du hast meine Pläne zum letzten Mal gestört. Mike. Wag es dich. Komm. Fight me. Jetzt sofort. Es wäre äußerst unschön, wenn du mich wieder mit deiner Anwesenheit belästigen würdest. Ich habe weder die Zeit noch die Geduld, mich weiter mit dir herumzuschlagen. Was zum. Der Schlag war zu stark. Geh mir aus dem Weg. Du. Du verletzt meinen Sinn für Ästhetik. Kannst du es fragen, so mit meinen Freunden umzugehen? Lach du nur. Ich verfolg dich. Es ist hier nicht vorbei. Hier kann ich nichts mehr für den Dämonenkönig tun. Ihn nicht mehr befreien. Diese Zeit interessiert mich nicht mehr. Aber in der Vergangenheit kann ich ihn mit der göttlichen Kraft der Kleinen hier zurückbringen. Und Zelda aus in den Todbringer zurückzubringen. Das ist nur sein Problem. Na ja. Erste muss abgespeichert werden. Das war jetzt einiges an Story. Aber Junge, 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 Junge. Jetzt geht es wirklich richtig, richtig. Die Sau ab. Aber ich bin ready dafür. Nein, das kann nicht sein, wo wir Zelda gerade wieder hatten. Mike darf auf keinen Fall den Todbringer in der Vergangenheit befreien. Schnell. Öffne das Halbata und folge ihm. Okay. Schnapp ihn dir, Mike! Für Zelda! Okay, ihr habt recht. Rein da! Ich muss ihn mir schnappen, bevor es zu spät ist. Und er das Böse wieder erwacht. Der Todbringer darf nicht zurückgebracht werden. Auf keinen Fall. Schnell. Wo ist Impa? Ist sie hier? Ist sie hier? Impa! Ah, Mike. Giraim hat mich erwischt. Sag dich nicht um mich. Du musst ihn aufhalten. Er ist durch dieses Haupttor geflohen. Noch ist es offen. Schnell! Okay. Du hast recht, du hast recht. Schnell! Hindurch! Haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt wird es Zeit für den Endboss. Er ist wohl viel stärker geworden. Macht hier überall Zäune dran. Was soll'n das? Hä? Die importiert sich hin und her. Und tanzt. Als wäre er Rumpelstilzchen. Ist das ein Ritual oder was? Was? Nein. Da wird nichts drin. Das kann doch nicht wirklich passieren, oder? Wieso rennen wir nicht schon mal nach vorne? Ich muss das Siegel brechen. Dann kehrt der Dämonenkönig zurück. Haltet mir bis dahin diesen elenden Wurm vom Leib, meine Diener. Es ist mir gleich, wenn keiner von euch übrig bleibt. Verschafft mir nur genug Zeit. Egal wie und jetzt los! Von ihm kommen also die Bockblins. Wundert mich eigentlich nicht. Mein Sturm zieht auf. Es ist soweit. Ihr wart einen Krieg? Ihr bekommt einen Krieg. Ha! Es ist so dunkel hier. Sie sind One-Shot down. Ich muss es hier so lange, es geht ignorieren. Sie sind nur dafür da, um mir die Leben wegzunehmen. Ich muss vorbei rennen. Verdammt, jetzt geht es nicht mehr. Ha! Ha! Oh nein. Aua! 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 Denk mal! Aua! Verdammt! Vielleicht wird es so leicht treffen. Die Zeit rennt. Und nun? Kämpfen? Oh, kämpfen. Ich kämpfe gegen euch alle, wenn es sein muss. Aua! Kein Problem! Ha! So viele von denen. Ob ich das hinkriege? Ich muss es hinkriegen! Für Zelda! Verschwindet! Ha! Das Torben ist eigentlich... Ist das auf? Heißt das, schnell, 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 schnell! Jetzt konnte ich auch noch mit Bomben, Mann, mich ran! Was zum Teufel? Aber Sie wissen, es wird nicht wirklich wie die Bomben funktionieren. Deshalb kann ich größtenteils einfach davonrennen. Wunderbar. Hier leider nicht. Das musste man massieren. Oh, das Herz. Egal. Niiiihihi! Lars, Lars! Was wird das denn hier für eine... Für eine Show? Gegen die komme ich doch gar nicht an. Aua! Ich bin gecornert! Nein! Das kann so nicht enden! Ich akzeptiere nicht, dass es so endet. Das wird nicht so enden. Nein! Nein, nein, nein! Das ist so viel auf einmal. Ich muss schnell möglichst... Ah! Zu Zelda! Verdammt! Herzen, 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 Herzen! Ah! Ah! Ich kann meinen Shit nicht benutzen! Das ist so viel auf einmal! Jetzt habe ich meinen Shit benutzt! Verreckt! Ich muss zu Zelda! Keine Zeit für euch mit Spielchen! Schnell, 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 schnell! Oh, jetzt können wir auch noch Bogenschützen dazu! Natürlich kommen die! Hier geht aber einiges ab! Aber ich bin vorbei! Wie viele Schurken hat der bitte? Das ist doch unmenschlich! Das ist doch unmenschlich! Wie auch immer! Weg hier! Noch mehr Bomben, meinies! Nein! Weg! Oh nein, ich bin geconnert! Okay, zum Glück hat die Bomben nicht mehr getroffen! Was jetzt? Blauer? Hast du da einen Führer von denen? Äh, wie unfair! Er rennt weg! Der ist trainiert! Der ist trainiert! Der dasht! Der dasht zu mir hin! Der ist viel krasser als die anderen! Trotzdem ist er down! Nicht, doch nicht! Er ist nur weggerannt! Bam, bam, bam! Bam, 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 bam! Jetzt ist er down! Herz! Oh, weiter, 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 weiter! Oh, Herz! Egal! Weiter! Immer weiter! Verdammt! Er hat schon so viel Zeit gehabt! Um Zelda wieder für sich zu benutzen! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Du Röde! Ey, das ist ja wirklich wie so ein Krieg! Eine ganze Armee hat er hier! Schon Respekt, dass er so eine große Armee hat! Ey, ich will damit kämpfen! Was macht ihr denn jetzt hier? Er schwindet! Das sieht nicht gut aus für uns, Leute! Es sieht leider sehr schlecht aus! Okay! Skid is down! Skid is down! Ich kann weiter! Egal! Einfach weiter! Wir sind fast da! Wir sind fast da! Oh, es sind so viele Gegner! Das kann nicht sein! Wie kann das nur möglich sein, dass es so viele verdammte Gegner ist! Hier ist es! Wir sind da! Fight me! Hätt ich speichern können? Hat er nicht speichern können? Oh Gott, sorry! Ich hätt speichern können, glaube ich, hinter mir! Jetzt riskiere ich nur mein Leben! Um alles neu zu machen! Bin ich hier in einem freaking Mario Maker Level vom Glidden Timmy, oder was? Einfach ein Enemy Spamming! Ich hab nur dort keine Ahnung, wie man Gegner richtig benutzt. Ja, ich hätt' mich speichern können. I'm so sorry! Ich hab's nicht gecheckt! Ich dachte, ich muss das so schnell machen! Ja, besser ist es! Ein Stimper wie du weißt das natürlich nicht. Aber so ein Ritual braucht seine Zeit! Warum kannst du nicht einfach Geduld haben und abwarten? Du ungeduldiger Bengel! Du machst alles kaputt! Das hier ist mein Moment des Ruhmes! Jetzt hast du es geschafft! Du hast mich wirklich wütend gemacht! Ja, mich auch! Zelda! Nun, mache ich ernst! Ich werde kein drittes Mal gegen einen Menschen verlieren! Oh Gott, ich hätte den Fizil speichern sollen! Ich hab's nicht gesehen! Jetzt ist Schluss! Klingt die Dame auf, oder was? Oh oh! Wir erheben uns! Dritter Kampf gegen Ghirahim! Genauso wie wir dreimal gegen den Todbringer kämpfen mussten! Was zum... Ich habe dich schon bei unserem ersten Treffen verabscheint! Wenn man nett zu euch Menschen ist, werdet ihr nur frisch! Ich als Diener dieses mächtigen Dämonenkönigs verdiene auch etwas Respekt! Trotzdem habe ich mir dir Fingern war stets genädig gezeigt! Und da hast du es einfach ausgenutzt! Immer! Und immer wieder! Von einer lächerlichen Kreatur wie dir so gedinnützig zu werden, ist eines schwerstes wie mir unwürdig! Warte erst, wie Fai? Für den Todbringer? Das macht alles mehr Sinn! Du verdienst die schlimmste aller Strafen! Die Verwarnung in einen blutelosen Abgrund! Ewiger Qual! Mit meiner übermächtigen Kraft werde ich dir unbarmherzig zusetzen! Dich in die Enge treiben! Und dann in die Tiefe stürzen! Ich schicke dich in die Hölle! Der Dämonenkönig wird dich dort verschlingen! Du möchtest mich zur Hölle bringen? Ich bring dich zur Hölle, Dunkelfürst Giraim! Schaut ihn euch an! Einfach das Metal-Power-Up! Was ist das denn für ein Boxing-Kampf? Ein Boxspring! Ein bisschen runterschubsen! Ja, muss ich! Hoppam! Immer weiter unten! Bam! Und nochmal! Nee, okay! Das ist aber ein richtig cooler Kampf! Richtig episch! 10! Was zum... Oh, nicht das schon wieder! Ha? Ey! Willst du mich runterschubsen? Ja, ich glaub schon! Okay, immer in die richtige Richtung! So, zum Beispiel dann! Ja! Jetzt hab ich dich! Nein! Nein! Er steht da einfach rum! Ja, okay, kannst du es nicht spawnen! Ich war doch nicht! B40 dabei! Hier rein! Ha? Hä? Wieder seitlich! Und dann fällst du rund... Ah, verdammt! Ich geh nicht da vorne! Verdammt! Man darf nicht so lange brauchen, aber ich brauch so lange zum Aufladen! Auch wenn Aufladen natürlich insgesamt schneller geht mittlerweile! So ein ekelhafter, weißt du das! Gehst mir auf die Nerven! Ich geh mir so richtig auf die Nerven, ne? Hä? Hä? Was zum... Mach ich mir was falsch? Ey! Was soll das? Jetzt hab ich ihn! Bam! Und jetzt! Ach, schade! Beim nächsten Mal mach ich's von oben aus! Es tut mir leid, dass ich das grad nicht kennengelernt hab! Oh, warum ist das jetzt nicht größer? Komm, ab in Kampffosition! Perfekt! Immer das gleiche Prozedere hier bei dir! Uh, doppelt angegriffen! Nein! Was hast du vor? Was denkst du, wer du bist? Komm, nicht zu nah! Er wird immer besser! Er weiß, wie er mich kontern kann! Wieso kommt er mir mir näher? Du schubst mich weg! Was soll das? Was soll ich machen? Sollen wir nicht so nah kommen? Was soll ich machen dagegen? Was soll ich machen? Verschließen kann's nicht! Aua! Verdammt! Oh, jetzt geh' ich endlich! Er bewegt sich ja nach vorne! Was mach' ich denn dagegen? Ich kann... Ich kann die nicht abblocken! Ich versteh' jetzt einfach nicht! Ich kann auch immer weiter versuchen! Nein! Ich hab' doch abgeblockt! Ich schwör's euch, ich hab' abgeblockt! Irgendwas mach' ich falsch! Oh, das war gut! Oh! Ja! Ruh' noch mit dir! Yes! Ja! Ist vorbei jetzt mit deinem Spielchen! Gib es auf! Gib mir selber zurück! Okay! Was?! Oh no! So ein Ding wieder! Boah, wie viel Damage! Ich muss ihn in sein Herz kratzen, so, oder? Ja, in sein Herz! Okay, immer in Bewegung bleiben, wenn er das macht. Immer in Bewegung bleiben. Ich wollte blocken. Ich wollte ihn ran und dann blocken. Ich blocke immer im falschen Zeitpunkt. Ich muss das Timing noch auswendig lernen. Ich hab gedrückt, ich schwöre euch, ich hab's gedrückt. Oder geht das nicht? Jetzt! Bam! Zwei Treffer sogar. Oh, nicht der Kack schon wieder. Verdammt! Okay, das kann ich sogar ablocken, alles. Na komm! Zack, zack! Ja komm, schieß doch! Nein! Manche drauf treffe ich mich nicht mehr. Yes! Diese befluchte Wee! Ich bin fast tot! Nein! Verdammt! Nein! Was zum... Was denn? Okay, sorry. Ich muss heilen. Okay. Wieso? Wieso? Länger warten? Wo du mich gebockt hab? Ich versteh's nicht. Oder muss ich aufgeladen haben? Hä? Ich versteh's nicht. Der blockt sich halt selber damit die ganze Zeit. Ich krieg' ihn da nicht. Ach, ich kann sein Schwert kaputt machen. Oh, jetzt hat er's auch rausgefunden, dass ich es rausgefunden hab. Na komm, mach! Na ja, halt sein Schwert nochmal wieder. Ich muss es schon einmal richtig machen. Das ist so ekelhaft, ne? Dieser Dude ist so... Ekelhaft! Ah! Und jetzt rein da! Nur einmal? Nein! So close! Okay, ich muss es direkt hinbekommen. Ich muss raten, in welche Richtung er das macht. Ich muss raten, und hab's Zeit? Ich hab' keine Zeit dafür. Ich muss raten, einfach. Ich hab' jetzt hier. Ich hab' nicht zu sagen, an der Wand oder was? Bam! Get down! Ich hab' nicht zu! Epischer Kampf, Papa! Gib's zu! Es ist vorbei! Das kann nicht sein! Von einem Menschen gehe ich klagen! Warum hab' ich wieder verloren? Wie ist das möglich? Wer bist du? Das weißt du bereits. Das freut mich nicht zu früh, denn während deiner kleinen Geplänkelte habe ich das Ritual fortgesetzt, ja? Der Dämon-Kennig wird der Göttin ihre Seele entreißen und durch ihre Kraft endlich zurückkehren. What? Nicht dein Ernst? Das kann nicht sein! Oh doch, es ist so. Der Verbannte ist wieder zurück. Leider zu einem sehr schlechten Zeitpunkt. Darf ich abspeichern? Zelda! Verdammt! Das ist auch die ganze Lebensenergie von uns Ella raus! Nein! Nein! Es ist vorbei! Die Welt, die wir an dem Gebiet gehören! Nein! Du bist doch irre! Der sieht ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Ja! Willkommen zurück! Mein Gebieter! Ja! Na, Bösewichte halt, ne? Ne, was? Was geht denn jetzt ab? Was zum? Er nimmt sein Schwert hinaus! Aber ich scheint so gefallen! Ja! Er ist das Schwert! Das böse Schwert! Das böse Schwert! Ja! Wie erbärmlich! Um mich zu vernichten, hast du dich zu einem Menschen gemacht! Was ist denn aus dir geworden, Hylia? Du warst einst nobel und tapfer! Zelda! Oh! Ich hab sie! Ja! Danke, Bardo! Mike! Ich kümmere dich um Zelda! Alles klar! Zumindest geht's dir gut! So, jetzt zu dir! Todbringer! Hm! Du und dieser andere Mensch! Ihr wollt der Göttin also beistehen! Wie amüsant! Die Menschen, die ich kannte, waren jämmerliche Gestalten, die vor Angst nur heulenden Winseln konnten! Keiner von ihnen hat auch nur versucht, sich mir zu widersetzen! Sie haben sich nur hinter ihrer Göttin versteckt! Diese Feiglinge! Wirklich interessant, dass es nun ausgerechnet Menschen wagen, sich mir in den Weg zu stellen! So sei es denn! Wenn du den Mut wirklich aufbringst, kämpfen wir an einem Ort, an dem uns niemand stören kann! Okay! Mike! Hör zu! Ich soll dir was vom Mütterchen ausrichten! Auch wenn dieser Kerl seltener Seele in sich aufgenommen hat, dauert die vollständige Verschmelzung noch einige Zeit! Wenn es also schafft, sie zu besiegen, bevor die Verschmelzung abgeschlossen ist! Ich bitte dich! Du kannst es schaffen! Wenn jemand deine noch retten kann, dann du, Mike! Da hast du recht, Bardo! Da hast du vollkommen recht! Flieh, wenn dir dein Leben etwas bedeutet! Verbringe die wenigen Tage, bis die Welt endgültig meine ist! In Verzweiflung und erwarte das Ende! Doch wenn du dein Leben als sinnlose Geste des Widerstands wegwerfen möchtest, dann werde ich auf dich warten! Damn! Jerem hat es wirklich geschafft, den Todbringer wieder zu erwecken! Ich bitte dich, Mike! Ja gut, jetzt haben wir halt Heilia einfach nur noch! Es ist aber nur Heilia! Wir haben die Qual der Wahl! Wollen wir jetzt wirklich dort hinein unser Leben riskieren? Oder wollen wir einfach wieder die letzten paar Tage, die wir noch auf der Erde haben, benutzen, um zu leben? Nein! Nein! Es gibt eine richtige Antwort hier! Es gibt nur eine richtige Antwort! Und die Antwort wäre, wesentlich was? Ihn jetzt zu bekämpfen!